Hey, guck mal, da liegt ein Pfirsichkuchen. Wer kriegt denn den? Na, ich, ich hab ihn zuerst gesehen. Aber ich bin cooler. Na komm, das klären wir mir Männer. Jungs, ich brauch mal eure Hilfe. Also, diesen Pfirsichkuchen holen wir uns. Die haben keine Chance. Außerdem, wer zuletzt im Hubschrauber ist, muss abwaschen. Ach, wieso ich denn schon wieder? Männer, wir kriegen diesen Kuchen. Wir sind besser ausgerüstet, sehen cooler aus und sind cooler. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Keine? Los geht's. Hilf mir mal. Also, wer kriegt denn jetzt den Kuchen? Ja, lass ihn einfach teilen. So. Was? Musik Musik